Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir machen die Loyalitätsmission für Samara. Es geht um ihre Tochter Morinth. Wir müssen uns jetzt zum VIP-Bereich des Afterlife begeben hier auf Omega. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Moin! Die letzte Loyalitätsmission, die wir hier noch machen müssen im Mass Effect. So, danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Sehr nett von euch. Da sind wir. VIP only. Ich bin sowas von VIP, ne? Ich hab das tätowiert auf meine linke Arschbacke, ey. So. Hallo. Türsteher. Was wollen Sie hier? Was ist da hinten? Das ist der VIP-Bereich. Ja, Ruth schickt mich. Den kenn ich ja nicht mal. Lassen Sie mich rein. Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Noch bessere Musik. So gut wie hier. Was wollen Sie hier? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Ja, ich will da rein. Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Ruth. Gehen Sie rein. Keiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Natürlich. Siehst du, man muss nur die richtigen Namen wissen. Den Namen haben wir ja aus dem Tagebuch von der jungen Dame, die leider nicht mehr unter uns liebt. Sie müssen allein reingehen. Morinz wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist Sie vorsichtig. Sie müssen Ihr Interesse wecken, damit Sie sich Ihnen nähert. Wenn Sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen Sie subtil dafür, dass Sie Sie in Ihr Apartment einlädt. Ich folge Ihnen unauffällig. Und wenn Sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie. Bis zu meiner Ankunft schweben Sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für Sie vorbereiten. Und wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie das sogar wollen. Okay. Also wir dürfen uns nicht verführen lassen. Ich weiß, was zu tun ist. Dann los. Fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler. Und Morinz ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Ich bin sicher. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind die Einzige, bei der ich mir das überhaupt vorstellen kann. Ja, ja, ja. Verstehe ich. So. Aufteilen. Morinz aufmerksam. Aufmerksamkeit erregen. So. Das ist der VIP-Club. Es gibt so einige Leute, mit denen ich reden kann, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich könnte da vorne mehlen, einfach schlagen und so weiter. Ich könnte fett abtanzen. Gucken wir mal, was der hier sagt. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will, ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Er ist also auch schon von Morinz hier ein wenig manipuliert worden und will jetzt für sie hier Sachen besorgen. Wo ist diese Asari? Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Tut mir leid. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lasse ich was springen. Okay. Ich möchte also gerne so Tickets haben. Wir könnten den da auf jeden Fall einfach so schlagen. Komm schon, Baby. Ich kann bezahlen. Und Trinkgeld gebe ich auch ordentlich. Ich sagte, sie sollen sich von mir fernhalten. Er machte die Tänzerin einfach an. Was ziehst du dich? Gib's auf? Sei doch nicht so. Ich habe Credits. Wie können Sie von mir gehen? Ich habe es gern einfach. Ach, natürlich. Sie leine Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Genau. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Alter, ey. Lassen Sie sie in Ruhe, ey. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Wollen Sie etwa mitmachen? Sie oder diese Nutte? Ist mir ganz egal. Ich will nur ein bisschen Spaß. Respektloses Arschloch. Aua. Ja. Die guten Zeiten sind vorbei. Genau. Shepard kann Kung Fu. Okay. Den haben wir vernichtet. Dann tanzen wir mal mit Vera. Tanzen wir. Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt es Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Das ist der richtige Anmachspruch, um eine Asari anzutanzen. Ich tanze nur neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir tanzen zusammen, dann ist es Ihre Sache. Völlig egal. So. Tanzt du mich gerade an? Nö, nö. Ich tanze nur neben dir. Ich bin zum Tanzen hier. Ich bin auch zum Tanzen hier. War super. Da sieht man heute Abend jede Menge Geld. Heute ist ideales Jagdwett. Jagdwetter? Wir überfallen Sie in der Gasse. Solange Sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Aha. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um nicht gut ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Hm. Gehen Sie einfach. Ich will, dass Sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Für Hink? Was halten Sie jetzt von uns? Ich helfe Ihnen nicht mit dem Boss. Nee, nee. Keine Überfalle heute Abend. Wollen Sie jemanden in einer Nebengasse überfallen? Würde ich mir gut überlegen. Sie haben zu viele Filme gesehen, kleiner Mensch. Los, hören Sie ab. Okay. Was für Kacke. Wir könnten vielleicht noch was saufen oder so. Wow, was hat die denn hier für Moves drauf? Guck sie dir an, ey. Sie geht voll ab. Jede Nacht beginnt dieser Hass von Neuem. Ich rede mit niemandem. Ganz schön traurig, so alleine rumzutanzen. Okay, wer ist der Kroganer? Werf. Heutzutage lassen Sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Ja, Sie sind ja auch hier. Das Niveau muss niedrig sein, sonst wären Sie nicht hier. Es ist albern, wenn Menschen versuchen, beeindruckend zu wirken. Barman. Noch ein Drink. Natürlich. Die Drinks hier sind sehr stark, aber... Edwin. Ich beschwinde. Bedienen Sie Ihre Gäste. Das sind gute Leute, aber Sie sehen gelangweilt aus. Und wer gelangweilt ist, gibt nicht viel Geld aus. Und Sie haben eine Idee, wie ich das ändern könnte? Eine Lokalrunde beweist, dass Sie Ihre Geschäfte respektieren. Genau. Ihr Ansehen steigt und am Ende haben Sie mehr Geld in der Kasse. Ein Versuch ist es wert. Hoffentlich haben Sie recht. Alle mal herhören. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und darum geht die nächste Runde aufs Haus. Yay. Ich nehme den... Mein Name ist Morin. Da ist sie ja. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ja, ich weiß. Ich habe da drüben im Schatten ein Separee. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Da ist Morin. An manchen Abenden komme ich hier und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran geht das wohl? Sie ist Ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Wir sind uns ähnlich. Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Justikare? Musik? Kunst? Reisen? Familie? Wir nehmen... Sie mag Kunst. Und sie mag Musik. Sie möchte ja gerne für diese Band da was haben. Das können wir benutzen. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Ich höre gerne Expel 10. Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Ja. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch versterben. Verstehen Sie? Okay. So wie Hallex. Das hat auch die Dame in ihrem Tagebuch erwähnt. Das haben sie beide genommen. Was halten Sie von Hallex? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Natürlich. Wir können noch Kunst vielleicht benutzen. Da war ja die Skulptur in dem Zimmer. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Ich mag den Elcor Forta. Kennen Sie den Künstler Forta? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Okay. Gewaltvideos. Ich glaube, das ist auch wieder hier unten Venia. Kennen Sie Venia? Mein Lieblingsvideo. Natürlich. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Okay. Auf Wiedersehen können wir noch nicht sagen. Wie ist die Karre, ey? Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Ja. Aber ich mag die Gefahr. Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Natürlich. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Okay. Und Macht ist das Ziel. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Ja. Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Natürlich. Man muss halt nur die richtigen Worte finden. Da hat Shepard sie aber schon um den Finger gewickelt. Oder sie uns. Das ist natürlich die Frage, ne? Ist das eine Krogana-Skulptur? Alter. Morinth ablenken. So, wir haben hier noch eine Waffe, die wir scannen können. Das ist nämlich ein cooles Sturmgewehr. Und ein Schwert. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Auf Duelle. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin. Und er demzufolge sterben wird. Wir können uns hier auf jeden Fall vorher nochmal umsehen in dem ganzen Apartment. Tablettenfläschchen mit Helix wahrscheinlich. Wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen. Aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Oh ja. Mir ist das viel lieber. Sollten Sie auch. Immerhin mit einer gefährlichen Person hier. Die Tür ist hier auch abgeschlossen. Wir können nicht mehr raus. Aber wir checken nochmal das ganze Apartment ab. Ganz schön geräumig hier für Omega, ey. Da hat sie sich ganz schön was springen lassen. Schöne Aussicht auch. Ein Schachspiel. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Natürlich. Kurz bevor sein Leben endet. Ja. Und wer ist der Korganer? Nicht das Schwert. Korganer. Da. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Ja. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Seinen Tod. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Er wollte eine Nacht mit dir. Und das hat ihn den Tod eingebracht. Ja, ja. Okay. Wir sind durch. Wir reden mit ihr. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still. Und sie sind sicher. Entspricht das ihren Wünschen, Shepard? Sicherheit ist eine Lüge. Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, diese Ansicht sind wir beide. Mhm. Wir ähneln uns nicht. Nee. Wir haben beide schon oft getötet. Aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz. Moment mal. Oh, Schatz. Kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Oh, oh. Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen. Guck dir nicht in die Augen. Sehen Sie mir in die Augen. Und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Überraschung. Oder was? Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie? Wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat eine kleine Helferin gefunden. Das Miststück. Morinth. Oh. Hm? Mutter. Nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir verärbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Okay. Wir können Samara neutralisieren oder auch Morinth neutralisieren. Auch Morinth würde sich in unser Team anschließen, auf jeden Fall. Aber es wäre kein besonders guter Weg. Ja, wir nehmen... Ich habe schon beides mal gemacht. Ist beides ziemlich unterhaltsam. Aber jetzt bleiben wir natürlich auf dem guten Weg erstmal. Und sie ist natürlich auch wegen ihren Kräften und sowas eine gefährliche Person. Wie viele Leute sie schon auf den Gewissen hat. Auch weil ihr das auch in gewisser Weise auch Spaß macht. Das ist das Schlimme. Sie hat Spaß daran, ihre Fähigkeiten zu benutzen. Mögest du Frieden in den Armen der Göttin kämpfen. Selbst bei ihrer eigenen Tochter... Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Ja. Sind sie auch bereit zu gehen? Selbst bei ihrer Tochter zögert sie nicht, wenn es darum geht, sie auszuschalten. Ist alles in Ordnung? Möchten sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen sie uns gehen. Okay, ja. Sie hat halt noch weitere Töchter. Und eine davon kann man dann auch noch zum Beispiel... ...in Mass Effect 3 treffen. So, okay. Dann los. Puh. Das war eine rasante Aufgabe. Samara hat sich um die Ardat Yakshi gekümmert. Sie ist Shepard gegenüber loyal. Loyalität der Justikarin steht außer Frage, zumal Schwu gegenüber Shepard geleistet wurde. Besser als erhofft. Ja. Okay. Damit kriegt sie auch hier ihre neue Fähigkeit. Das Aufspalten. Und das neue Outfit. So, Bericht schließen. Stufe 29. 937 Erfahrungspunkte. 32 Vorbildspunkte. Und 30.000 Credits, Alter. Alter, Alter. Ne, warte, ich muss da lang, ne? Wo bin ich denn hier? Ne, das ist der WP-Eingang. Ich muss zurück zum Schiff. Der hätte ja mich ja mal auch da rausbringen können, wo das Schiff ist, ey. Oder gleich zum Schiff bringen. Wir können zurück zur Normandy. Bereit. Dieses, was sagt das Tagebuch? Die Kollektoren aufhalten. Da. Nur die eine, 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 eine Quest. Mehr haben wir nicht. Nur noch zum Finale fliegen. Aber ich will auf dem Schiff natürlich noch, noch mal mit, ähm. Ja, ich bin Shepard. So, ich will auf dem Schiff noch mal mit den ganzen Leuten quatschen. Auf jeden Fall auch mit Samara. So. Hier ist die Normandy angedockt. Und da gehen wir jetzt auch hin. Start an, äh, hier, Sequenz. Miau. Das Radio läuft noch. So, Sturmgewehrschaden. Haben wir auch noch gelernt. Mal gucken, ob ich da, ähm, das ein oder andere Sturmgewehr noch ein bisschen verbessern kann. Upgrades, das haben wir, habe ich ja gerade. Ungelesene Mails, keine. Okay. So, also, wenn, wenn man die andere, die andere Variante genommen hätte, ähm, und Samara ausgeschaltet hätte, dann hätten wir Morinth, äh, an Bord gehabt. Allerdings hätte sie die Klamotten ihrer Mutter angezogen. Und da sie vom Gesicht her fast aussehen wie Zwillinge, obwohl es nur Mutter und Tochter sind, äh, fällt das halt nicht auf. Die Leute hier auf dem Schiff, das wäre halt ein Geheimnis zwischen Morinth und Shepard gewesen. Shepard hätte es niemandem erzählt und hätte sie weiterhin einfach Samara genannt. Und es wäre dann sogar möglich gewesen, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Ja, also wirklich hier mit ihr rummachen und so. Und das ging halt, das geht halt einmal. Man macht dann halt eine Beziehung mit ihr und dann schlafen die miteinander und danach ist Shepard halt immer tot. Also ganz tot. Dann war aber das Spiel immer vorbei. Muss es also, wenn du eine Beziehung mit Morinth haben wolltest, äh, immer, immer vorher speichern. Dann konntest du mit ihr eine Beziehung eingehen. Dann haben sie halt eine Nacht miteinander verbracht. Und dann musstest du halt wieder neu laden, weil Shepard halt immer tot war danach. Sehr, 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 äh, lustig eigentlich. Aber das ist meistens eher was, wenn du den bösen Weg spielst. Ja, dann kann man das gut machen. Sturmgewehr Schaden hat 7500, das nehme ich mit. Sturmgewehr Schaden ist gut für mein Team. Und wir brauchen jetzt am besten alle Upgrades, die wir noch lernen können, bevor wir hier durchs Omega-Portal fliegen. Das ist zu teuer. Schiffspanzerung habe ich ja nichts mehr. Modulare Sonn brauche ich nicht. Krankenschutzung brauche ich nicht. Die wichtigen Sachen sind am Schiff angebracht. Nämlich die Panzerung, die neuen Schilde, die neue Bewaffnung und so weiter. So, hier haben wir noch was. Geth, Schildstärke, 2 von 2. 5000 Platin. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, damit ist dann der Legion auch auf voller Schildstärke upgedatet. Und das andere, schweres Muskelgewebe für Shepard, ne? Ja, gut, das ist ein schwerer Nahkampf. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Also, Doktor, sind Sie bereit? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Wir können los. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Erkenne, dass das ein großer Schritt für Sie ist. Schon früher fühlten sich andere Spezies zu mir hingezogen. Seltsames Gefühl. Bin nicht interessiert. Zu Ihnen hingezogen? Sie machen Witze, oder? Moment mal, Mordin. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Alles klar, Mordin. Ne, mit dir wollte ich nicht rummachen. Alter, was geht mit dem ab? Jacob, war die auch alles fit? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Es geht mir gut, Shepard. Ich bin für alles bereit. Wir leben, können laut werden und auf der Citadel ein paar Drinks verschütten. Okay, das ist jetzt nur die Szene gewesen, um zu zeigen, er ist jetzt wirklich komplett mit Shepard auf Kumpel. Deswegen auch dieser Handschlag und so weiter. Commander. Also voll dabei, der gute Jacob. Joker sowieso, der muss ja nur fliegen. So, wir können noch, bevor wir runtergehen, das Outfit anziehen. So, alle sind loyal. Das komplette Team. Und hier ist das neue Outfit für Samara. Ja, richtig gut dunkel mit goldenen Streifen. Sauber. Jetzt hat jeder sein neues Outfit an. Schauen wir auch nochmal bei den anderen Leuten vorbei. Es geht immerhin in die letzte Mission. Also nochmal schnell zum Maschinendeck. So. Wie geht es denn den guten Grunt? Der Einzige, mit dem man nicht sprechen muss, ist Said, weil der hat eh nichts zu sagen. Der ist auch irgendwie doof. Shepard. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich erweitere meinen Horizont und habe jetzt eine Liste meiner Feinde. Ich stelle mir vor, welchen Spaß es machen wird, sie alle aufzuschneiden und zu zerschmettern. Ich habe da dieses eine Bild von einem Salarianer vor Augen. Dieses, äh, wie heißt das Ding auf dem Kopf? Ist aufgerissen. Ich wette, dafür wurde eine ganze Generation lang Rache geübt. Aber für die sind das ja nur ein paar Wochen. Also, was wollten sie? Für die sind das nur ein paar Wochen. Ja, weil die so schnell sterben, ey. Geht's ihnen jetzt nicht besser so? Wissen Sie, ich dachte, die Verbindung zu ihrer Vergangenheit würde für Stabilität sorgen. Hahaha. Sehen Sie, langsam wird's lustig. Ich erinnere mich an gute Todesfälle und Sie machen diese ulgige Menschen-Nummer. Meine Aufgabe ist Zerstörung. Für Richtung und Kontrolle sind Sie zuständig, Kampfmeister. Wegen Ihnen bin ich ein Soldat und keine Leiche oder ein tollwütiges Tier. Danke, Shepard. Sie haben mir eine Aufgabe gegeben. Und jetzt, besorgen Sie mir bitte was Großes zum Töten. Ja, das Großes zum Töten, das kriegst du. Auf jeden Fall. So, mit Jack reden bringt eigentlich auch nix, weil... Da waren wir ja auch immer schon die letzten Male. Und da hat sie immer gesagt, wir haben genug geredet. Und bei ihr ist es auch alles abgeschlossen. Tali, was geht dir so durch den Kopf? Shepard, was kann ich für Sie tun? Sie hat sich ja ein wenig ausgesprochen mit Legion. Und da sind ein paar Informationen ausgetauscht. Das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg zum Frieden. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher. Lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bossstädt! Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Okay. Wie krank sind Sie denn? Wir müssen gleich zur Mission. Sind Sie krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so viel. Wenn uns eine entlaufende Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Okay. Anzugreinigung und dann muss ich immer ab und zu mal kurz den Helm abnehmen. Das könnte schon teilweise tödlich sein für so eine Quarianer-Dame. Ist Leben im Anzug schwierig? Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Ähm, Sie wissen, was ich meine. Klar, ich vertraue Ihnen auch. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ist mir klar. Trotzdem würde ich mich geehrt fühlen, mit Ihnen die Anzüge zu verbinden, Shepard. Ich meine, wenn Sie ein Quarianer wären und wir nicht bereits eine Selbstmordmission angenommen hätten. Ich postel hier noch ein bisschen rum. Danke für Ihren Besuch. Gern geschehen. Ich habe aber leider keinen Anzug. Also klappt es leider nicht. Ohne Anzug geht es nicht. Dann können wir keine Anzüge verschmelzen. So. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Wenn Sie wollen. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie über ein vergangenes Ereignis gesprochen, als würden Sie es gerade beobachten. Drell haben das perfekte Gedächtnis. Wir können jeden Augenblick unseres Lebens in völliger Klarheit abrufen. Es ist manchmal schwer zu kontrollieren. Manche von uns tauchen ab in... Nennen wir es Solizismus. Solizismus. Erinnerungen wirklich an jedes Attentat auch? Können Sie jedes Ihrer Attentate nochmal erleben? In allen Einzelheiten. Mit jedem meiner Fehler. Mit jedem letzten Atemzug der Zielperson. Das ist bestimmt geil, wenn man Klassenarbeiten schreiben muss, ne? Und dann liest du abends nochmal den Text und kannst das alles perfekt abrufen, ey. Sauber. Hätte ich damals gebrauchen können in der Schule. Jedes Schuldgefühl auch nochmal durchleben. Das stelle ich mir schwierig vor. Jederzeit die eigene Schuld nochmal erleben zu können. Schuld? Nein. Ich habe bei meinen Aufträgen niemals Schuldgefühle gehabt. Meine Auftraggeber haben Sie getötet. Mein Körper war dabei lediglich Ihr Werkzeug. Wenn Sie jemanden erschießen, ist dann Ihre Waffe dafür verantwortlich? Nein, meine Waffe hat keinen Willen, ne? Die wird immer noch von Menschen geführt, die Waffe. Meine Waffe kann richtig und falsch nicht unterscheiden. Sie können das offensichtlich schon. Meine Seele kann es. Aber mein Körper ist nur Fleisch. Fleisch, dessen Reflexe für das Töten optimiert wurden. Der Drell-Verstand arbeitet anders als der von Menschen. Wir betrachten unseren Körper als Gefäß und akzeptieren, dass wir ihn nicht immer unter Kontrolle haben. Das ist ein wenig unverantwortlich und das dann, ja, von wegen wir haben den Körper nicht immer unter Kontrolle, Schwachsinn. Sie übernehmen also für Ihre Taten keinerlei Verantwortung? Nicht jede Tat meines Körpers ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Für gewollte Handlungen übernehme ich natürlich die Verantwortung. Viele Menschen glauben an eine Trennung von Körper und Seele. Letztere ist eine Erscheinung, die für Moral zuständig ist und nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Wir fassen das Ganze nur etwas wörtlicher auf. Okay, ich muss gehen. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern. Shepard, ich weiß unsere Gespräche wirklich zu schätzen. Sie sind einsam. Man könnte jetzt auch mit Ihnen anfangen, hier ein bisschen rumzutändeln, aber nee, nee. Ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem Drell zu reden. Es ist faszinierend. Nur wenige Menschen konnten das. Immerhin sind nur noch ein paar Hunderttausend von uns übrig. Ich werde sie nicht aufhalten. Gut. Will ich auch hoffen. Wer jetzt bestimmt noch viel zu sagen hat, ist Mara nach dem Tod ihrer Tochter. Das neue Outfit. Uh, schick. Morin zwar gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Und was, wie geht's jetzt weiter bei ihm? Was werden Sie jetzt tun, wo es Morinth nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin. Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Aradyakshi. Also erstmal kein Ruhestand. Wollen Sie nicht zu esshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Okay, aber seien Sie nicht fatalistisch. Sie haben es trotzdem in der Hand, wohin Ihr Leben Sie führt. Ich habe diesen Pfad gewählt und bin damit im Reinen. Daran haben Sie einen beträchtlichen Anteil. Ja, so ist Shepard. Sie kümmert sich um ihre Crew. So, wir hatten mit Miranda ja schon mal das längere Gespräch. Der einzige, der noch neu ist und noch ein bisschen mehr sagen könnte. Also Garris haben wir auch schon lange dabei. Ist hier vielleicht der gute Legion mit seinem neuen Outfit. Shepard Commander. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Thema? Als wir Sie an Bord genommen haben, ist mir an Ihnen ein Stück festgeschweißte N-7-Panzerung aufgefallen. Woher haben Sie die? Sie gehörte Ihnen. Als Sie verschwunden sind, wurden wir losgeschickt, um Sie zu finden. Wir haben bei Ihrem ersten Zusammentreffen mit den Heretics angefangen. Eden Prime. Nach dem Angriff der alten Maschine wurde die Verteidigung verstärkt. Man hat uns entdeckt. Das stammt von einer Gewehrkugel. Das war aber eine große Gewehrkugel. Ja, die alte Rüstung von Shepard hat er da am Arm reingebaut. Aber das war vor zwei Jahren. Sie haben zwei Jahre lang nach mir gesucht? Wir waren auf Terum, Feros, Noveria, Vermeier, Ilos. Einem Dutzend unbesiedelter Welten. Die Spur endete beim Wrack der Normandy. Sie waren nicht dort. Übertragungen organischer Wesen sprachen von ihrem Tod. Wir haben Überreste ihres Kampfanzugs gefunden. Und warum denn unbedingt Shepards Panzerung? Das erklärt nicht, warum Sie sich mit meiner Panzerung selbst repariert haben. Weil dort ein Loch war. Aber warum haben Sie es nicht früher repariert? Oder mit etwas anderem? Keine Daten verfügbar. Ja, er weiß es selbst nicht so genau. Oder will es nicht sagen. Ein wenig schon. Ähm, ja. Sieht ihr Shepard vielleicht auch als Art Vorbild oder so? Weil sie so viele Heretics getötet hat? Das ist so. Wieso haben Sie das denn repariert? Ja, weil da ein Loch war. Das ist auch eine geile Antwort gewesen. Okay, Leute. Das waren erstmal wieder ein paar Gespräche heute. Der Rest der Crew, die kennen wir ja alle schon. Sind alle fit. Es geht in der nächsten Folge durch das Omega-4-Portal. Wir werden da die Kollektoren aufhalten. Omega-4-Portal benutzen. Unser Schiff ist vorbereitet. Unsere Crew ist vorbereitet. Skillpunkte habe ich jetzt nicht mehr. Nur ein. Na gut. Es wird spannend. Ich hoffe, ihr habt Bock. Es geht Richtung Finale von Mass Effect 2. Wenn euch heute die Folge gefallen hat, hier auch mit Morinth und Samara und so weiter, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, die nächste Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dankeschön. Ja, für alle, die bis hierhin schon mal durchgehalten haben bei Mass Effect 2. So ein geiles Spiel. Aber das Finale hat es in sich. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.